Moin YouTube, liebe Taschenlampe-Fans. Na, zack. Und zack. Geht da nix. Eine gute Taschenlampe. Oh leid. Wirklich eine Mini-Folze, aber hell. Minus ein Grad oder zwei. Gefühlt. Herrlich. Samstagmorgen. Warten haben wir noch. 20. 21. Keine Ahnung. Drei Uhr morgens. Hier ist es ein bisschen glatter, oder? Ach nee, wir müssen. Ich hab alles täuscht hier runter. Ja, Herr Olat hat mich schon wieder mit zwei Taschenlampe bestückt. Eine kleine. Die haben wir aber schon in grün. Und dann haben sie mir noch eine gegeben mit UV. Und die wird getestet. Man sieht nicht viel. Durch den Nebel. Alright, dann. So. Bis gleich zum Tabletop-Review. Yes. Hm? Sagt ein ordentlicher Alarm, das kleine Baby hier. Na. Wenus ein Grad. Wer sagt's denn? Hallo und herzlich willkommen zum neuen Taschenlampen-Video. Jihau. Lang ist her. Äh. Ich hab hier von Olat. Ich weiß. Manche gehen jetzt ab wie ein Zäpfchen. Lukas geht auch ein ab wie ein Zäpfchen? Hat er? Lukas. Loki. Wann? Ne. Der sagt nichts. Ähm. Es geht um diese hier. Ich hab die hier. Die kommt noch. Das ist eine UV-Lampe. Warum sind da Punkte drauf? Hm. Hm. Da geht um Schmuddel. Da geht um Schmuddel. Da kann ich nicht sauren. Und wenn jemand meinen Kanal kennt, der sagt. Hallo. Du hast die Lampe doch schon. Jo. Die ist mir dann von Olat mit der hier zugeschickt worden. Ja. Die hab ich an meinem Bund. Die kommt Frau Bremer am Bund. Die hab ich heute getestet. Ihr habt das Video vorhin gesehen. Das Ding ist einfach geil. Ja. Zack. Das ist nicht dicker als ein . Ja. Daumen-Oberteil. Jo 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 jo. Try and true. Getestet bei Bremen. Im Premium Testlabor. IH. Unter anderem mit der Glock 9x19 von. Na, kennt ihr ihn? Kennt ihr ihn? Mit MrGlock. sondern joe alias messehq.com so okidoki wir haben noch ein paar andere sachen im test und das ist das titan drop 2 mir bestellt hat mich mal gejuckt mich dran gekratzt gesagt okay das ist das zugeklebte efficient g10 keine festen brechen sich habe mit dem ding noch nicht ein ein stückchen geschnitten aber ich finde das gut in hand und hat so ein bisschen was von einem standard mäßigen speiderkühl ihr kennt speiderkühl das sind die messer mit dem loch in der klinge alles das lassen wir mal außer acht wenn man noch ein stil deck stil deck das gehört unserem kumpel juist hallo hier ist der juist der juist halt ich bin müde ich muss es so sagen ich bin müde also stil deck vom wlan verlag messermagazin guckt euch das an kommt noch eine review drüber sind zwei handmesser netz gesehen das handmesser ganz eindeutig nagelhau doch ist das wer die schaff maria aber es geht heute um jeniges jeniges habe ich schon also jetzt lila ist für frau brem jeniges habe ich schon als türkis weil man sagt ja ich bin ja rassist und ich mag keine türken also türkis aber trotzdem toll die leute sagen ich habe schon eine vorschau gesehen das ding ist nicht nur gut verpackt das kann auch einiges und zwar bei minus 1 grad im nachtnebel um es daraus zu sagen die verbaute batterie lässt sich dem man hier auftritt da ist der usbc anschluss da laden das dann zack und zu drehen und dann wasserdicht ja größe also stärke nummer eins stärke nummer zwei gehen wir über die daten also haben wir die daten da so das ist nichts deutsch die endkappe im uhrzeiger sind stückweise drin bis die lampe niedrigen modus leuchtet bis zum anschlag drehen um den hohen modus zu erreichen zum ausschalten gegen die uhrzeit in den uhrzeiger sind drehen ok wir haben also das hier ist lo lumen fünf lumen sechs stunden 150 lumen 15 minuten hat er gesehen wie ich zum lkw gelatscht bin gut das waren 150 lumen also für die datt was die kann kann die ganze ne ganze menge also und dann recharging, charging completed bla 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 da gibt es nicht sonderlich viel drüber zu sagen aber das ding ist geil ich sag mal Frau Bremen und ich wir können nicht irren ja also wir haben beide die gleiche lampe die sieht schon sehr geil aus also in lila sieht die schon sehr cool aus klar viele leute würden sagen hier in mint oder so was auch immer ach wie cool aber ich finde die in lila sieht die schon sehr geil aus wow so also falls euch das interessieren sollte die i1 r2 eos in türkis hier guckst du da sind die sachen aufgezählt und demnächst kommt die i5 uv eos mono output edc ultraviolet light und die kann was die kann ultraviolett so ich bin raus ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag ich wünsche euch noch einen wunderschönen samstag einen schönen sonntag ein schönes wochenende lass euch in der gang und bleibt sauber bleibt gesund wie immer gilt tschüss mein gut schwenkt du tschüss hab und schwenkt die kap schwenkt die kap